wechseln ich mach mal eben japp hast du hab ich lalalalalala wutsch wieder zum springen im grad merkt man muss die steuerung ändern dann muss nicht wenn sie nicht so passt doch das passt ja war nicht deine gut dass man die aufeinander nehmen kann ja da kannst du auch viel scheiße mit mehr machen ja aber ich will ja nicht von von dritten teil auf den ersten teil gehen dann kannst du die aufeinander auch fliegen lassen ja das ging doch auch schon im zweiten teil ja aber ich finde den dritten viel geiler ich finde dieses level in diesem gebirge ganz geil oder so schnell nach links und rechts springen muss keine ahnung mit überhaupt weiterkommt das müsste der erste ist teil 3 naja das sowieso wäre blöd wenn wir den ersten und dritten und machen den zweiten auf jeden fall da finde ich dieses fast da ist das fast ganz geil ja dann muss es nur auswendig können das nicht noch so ein fliegendes raumschiff aus dem fliegende schiff was sie kommt das bei dem ersten teil wenn du kannst du mein werk das meine ich das war beim dritten wenn man das war bei die aber mein onkel das in den ersten zeit früher gibt es doch genau genau meine überlegen so ein bisschen level holen nachher was denn der fleisch hatten schaden herum einfach nur so ein paar leben wirst nur so ein schaden ich nie doch hast du nein doch 3 also 3 gibt schon mal sicherlich na ja wohl gerade so gerade so ja wohl ich glaube mit 20 leben sollte eigentlich weiter kokosmann nein kokosmann was soll das ich mach dir einfach die augen zu ok und du sagst irgendwann springen ok bring auf frosch zu früh ich habe gesagt zu früh egal egal ich weiß man kann es leider nicht nachschauen das ist halt das bild was hätte ich mich auf was anderes konzentriert das ist da nix irgendwo war da noch so ein geheimnis naja soll ich glaube das soll reichen noch mal schäf ihn schlappetil schäf ihn lorenquash mit anhieb dahinter sicherlich da kam nur einer ja das war zum spät gedrückt diesmal aber guck mal wo du wieder bist ich weiß aber auf jeden fall ich musste sagen das ging jetzt so flott wieder muss man sagen speichern oh ja das mache ich jetzt ich spreche ja so intern und speichert gleich so funky das campere du da dass wir mal bitte bei der wusste raus ja ja hast ja gott sei es gab das mache ich jetzt dann stehe ich schon hier ja ich versuche jetzt wenn ich glück habe ganz schnell durch zu kommen ich glaube auch nicht aber es könnte probleme gleich ja dann was das ist gemacht um den zu verlieren cool nein ich wollte den nicht verlieren ich wollte den weg nicht verlieren das ist das problem ja ja doch nicht natürlich gebissen ja übertreibt noch die noch schneller fisch okay fisch habe ich einmal fisch einmal frosch einmal ja anfangen glaube ich könnte man ihn doch schon alter dass ich wusste ich wusste nicht was ich machen sollte weiter ist das klappt manchmal schnell werf ich will eigentlich mit weitermachen wieso ich weiß nicht warum ich mit dixie besser klarkomme hol ich nicht in frosch oder eine stelle eine snake zweites rauh wieder runter ich sag nur gestern scheiße scheiße ist immer wieder runtergerollt deswegen das ist nervig war das mal wieder knapp nein liebete hallo erfreut sich 10 das wieder hallo wenn du sagst was für ein sprint drauf ist los was denn ich mach doch gar nicht ach da gibt es bei vielen mitteldingern also gibt es immer wenn dann pass auf also ich muss jetzt sagen du glaubt du könntest mit einem zucht da unten ist ist was ja ich meine gar nicht schön war das hostelfon klingelt aber ich nicht rangeh warum 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 weil ich voll abgelenkt wurde jetzt dadurch nicht kennen und da ich nicht angehen das sind deine fangirls ist klar mich doch juckt mich nicht doch muss sie ihre jucken schaffen oder nicht schaffen und hier passiert immer wieder das ich bin taste gedrückt ich halte immer gedrückt auch gleich zu anfang ja ja ich verstehe das nicht dass diese schlangen auch da unten drin sind das ist ja schon das nervige zum abfacken